so da bin ich schwere level upgrade wunderbar gut wie geht es weiter ja ohne freakshow macht das spiel wirklich nicht so viel spaß also es ist in ordnung wie gesagt ja aber es fehlt was es fehlt was na Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, ho, ho, ho. Ich sage nicht, man fängt hier die Community auch. Oh, so toxisch. Keine Ahnung, das ist ein Spiel. Wir sind hier verspast zu haben. Gut, ich bin ein alter Motzkopf. Aber sagen wir mal, ich motze gern. Also das ist, ja. Und wer mich kennt, weiß, ich motze nicht, weil, sondern einfach, ja. Ah, solange ich motze, ist alles gut. Aber ich denke auch, ich beleidige keiner. Zumindest hoffe ich das noch. Weil Beleidigungen sind jetzt nicht meine Absicht. Alles gut. Vielen Dank. Super, da ist so komisch die Aura in der Nähe, oh weh, oh weh, oh weh. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu nah an die Aura komme, sonst bin ich ganz schnell tot. Oh? 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 Okay? Oh? 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 Oh! Oh? Oh? Ja, die müssen auch hier sein, aber wo? Rosenherzschlachte. 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 Das ist mir gerade egal, das ist mir echt zu dumm. Das ist mir echt zu dumm. Oh, der ist Level 60. Rosenherzschlachte. 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 egal ich rein durch gott da muss ich das holen das war bisher optimistisch das war bisher optimistisch ist ein keg west vermischt am abgäber gut ich mache jetzt wiederum raus man kann hier erzählen was man will das larven war am anfang in ordnung aber hier müssen reittiere nennen also das larven das nervt ja klar auch man kann die landschaft begutachten klar kann ich die landschaft begutachten aber das kann ich auch mit dem reittier also da muss ich jetzt nicht extra was ist das für ein nervisches dunkel kreil falsch lang oder noch recht oder noch recht Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, war ich doch gerade verkatzen erst. Vielen Dank. 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 Du beliebst zu scherzen. Ich liebe gute Hypothesen, aber momentan brauche ich dringend ein Bärenabwehrmittel für mein Team. Der Urin funktioniert sicher, aber wer weiß, ich finde ein Mittel wie Bären und wir können die... Bärenabwehrmittel? Klar, nichts leichter als das. Es gibt ein altes Rezept, das die Jäger hier schon seit Ewigkeiten nutzen. Hier, nimm es. Diese Syndikabler, ich finde die sind so von Logik besessen, dass sie praktisches Denken ganz vergessen haben. Ah, fertig, Schluss. 言en Sie die. Die Syndikabler, ich finde die Entdeckung, die Sie den Kopf abgeben. Und diese Kulshufe hat mir nicht nur noch mehr als ein Blut. Und ich finde die Eindruck, ich bin nur noch der Kulshufe. Aber das steht, dass wir die Kulshufe der Kulshufe der Kulshufe. Oder die Kulshufe. Und ich finde die Kulshufe der Kulshufe. Und ich finde das ein Kulshufe. Unglaublich, Ruin, genau was ich brauche. Vielen Dank. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wie viel Uhr haben wir denn? Halt, ey. Ach, das geht noch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. das wäre aber die halbe zu laufen das ist über kilometer die landschaft ist schon geil aber ich habe doch keinen bock eine stunde rum zu laufen das macht so schön wie die grafik ist aber das ist mir egal ja richtig ich 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 also zwischen dann links um ich 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 ihr kennt man bestimmt super ja wollen wir hier mal angela nummer probe halbe die 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ein Anker habe ich gefangen, jawohl. Live. Vielen Dank. Ruh, da habe ich gefangen, eine Köder, alle. Und noch Emo. Oh. 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 Oh, wie ist es? Oh, ist es egal, das ist egal. Oh, geht nicht, ist es egal. Oh, geht nicht. Wie gesagt, die Laufwege sind definitiv zu langatmig, also das ist nicht in Ordnung, da muss was passieren. Was sind die Schmiede? Schmelzofen. 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 Vielen Dank. 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 Das sollte jetzt reichen, hoffe ich. So, wie sieht eine Weberei aus. Leider. Vielen Dank. 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 Oh, wow. Vielen Dank. 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 Ja, Vielen Dank. 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 ... freie die höhle mit deinem absatzstab ich habe hier aber und auto und auto und die Höhle muss ich nennen 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 und da bin ich nennen und da bin ich nennen und 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 ich nennen